Mehr Geld für Rentner mit dem Altersentlastungsbetrag. Was es damit auf sich hat und wie Sie an diesen Altersentlastungsbetrag kommen, das erfahren Sie in diesem Video. In diesem Video erfahren Sie alle Details dazu. Bleiben Sie auch bis zum Ende des Videos dran, denn am Schluss erfahren Sie noch einen Trick, wie Sie den Altersentlastungsbetrag auch auf Kapitaleinkünfte anwenden können. Aber bevor es losgeht, ganz kurz in eigener Sache, viele unserer regelmäßigen Zuschauer haben den Kanal noch gar nicht abonniert. Mein Team bat mich, das mal kurz anzusprechen. Das tue ich hiermit, wenn Sie den Kanal noch nicht abonniert haben. Dann tun Sie das doch gerne. Das kostet Sie selbstverständlich außer ein paar Mausklicks nichts. Aber Sie machen meinem Team und mir damit eine große Freude. Nun aber endlich los mit dem Altersentlastungsbetrag. Der Altersentlastungsbetrag ist kein neuer Hut, den gibt es schon lange. Aber viele Rentner haben den gar nicht auf dem Schirm. Und daher möchte ich mit Ihnen da mal in die Details einsteigen. Und zwar ist es so, alle ab 64 Jahre, die positive Einkünfte erzielen, also keine Verluste machen, das dürften aber doch schon die Mehrheit sein, die können sich über diesen sogenannten Steuerbonus freuen. Dieser Steuerbonus führt natürlich zu mehr Geld auf Ihrem Konto. Zumindest im Rahmen Ihrer Steuererklärung, Ihrer Einkommensteuererklärung. Wie schon im Namen steckt, Altersentlastungsbetrag bedeutet, den bekommen natürlich nicht die Jungen, sondern eher die Alten. Und da ist es so, dass viele, ist ja die traurige Wahrheit, auch nach dem 64. Lebensjahr noch etwas Geld zur Rente dazu verdienen. Viele leider zur Rente dazu verdienen müssen. Sei es über einen Nebenjob. Manche haben ja auch Immobilien vermietet oder einige wenige auch Kapitalerträge. Was auch immer. Selbstständige Arbeit, freiberufliche Tätigkeit. All das sind Dinge, die ja zu Einkünften führen. Und genau wie Ihre Rente ja grundsätzlich steuerpflichtig sind. Und ab dem 64. Lebensjahr bekommen Sie den sogenannten Altersentlastungsbetrag. Sie dürfen den Altersentlastungsbetrag als Freibetrag verstehen, ähnlich wie den Grundfreibetrag. Bis zu diesem bleiben Ihre Einkünfte dann steuerfrei. Im Fachlichen dürfen Sie ihn so sehen, dass dieser Freibetrag von Ihrem sogenannten Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen wird. Aber das müssen Sie so genau gar nicht wissen. Sie können sich grob merken, dass der Ihre steuerpflichtigen Einkünfte mindert und so zu weniger Steuer führt oder eben zu mehr Steuererstattung. Wichtig ist, um den Altersentlastungsbetrag zu bekommen, müssen Sie andere Einkünfte als Leibrenten und sonstige Versorgungsbezüge, wie zum Beispiel auch die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, haben. Denn diese sind vom Freibetrag ausgenommen. Bedeutet umgekehrt, wenn Sie nur Rente oder Ihre Pension beziehen, dann bekommen Sie den Altersentlastungsbetrag nicht. Riester-Renten oder Betriebsrenten, Rürup-Renten zum Beispiel, die fließen aber in die Berechnung des Freibetrags mit ein. Den Altersentlastungsbetrag müssen Sie auch nicht beantragen, sondern sobald Sie Anspruch auf den Freibetrag haben, wird der durch das Finanzamt automatisch im Rahmen Ihrer Einkommenssteuererklärung berücksichtigt. Sie müssen auch die Höhe und so weiter nicht selbst ausrechnen. Das macht das Finanzamt für Sie. Aber dennoch ist es ja wichtig zu wissen, wie hoch der ist, damit man sich grob einordnen kann, denn das Finanzamt macht ja auch mal Fehler. Ganz kurz noch im Gesetz steht, dass Sie den Altersentlastungsbetrag nach Vollendung des 64. Lebensjahres erhalten. Was genau bedeutet das nun aber? Nun, das bedeutet, dass Sie den Altersentlastungsbetrag nicht ab dem Tag erhalten, an dem Sie Ihren 64. Geburtstag feiern, sondern der Freibetrag wird erst im darauffolgenden Kalenderjahr berücksichtigt. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Angenommen, Sie wurden am 1. Januar 2024 64 Jahre alt. Der letzte Tag Ihres 64. Lebensjahres. Und an dem vollenden Sie ja Ihr 64. Lebensjahr, ist der 31. Dezember 2023. Demnach ist das darauffolgende Jahr das Jahr 2024. Und Sie haben dann 2024 Anspruch auf den Altersentlastungsbetrag. Werden Sie aber erst am 2. Januar 2024 64 Jahre alt. Einen Tag später nur. Dann ist der letzte Tag Ihres 64. Lebensjahres, der 1. Januar 2024. Und das darauffolgende Kalenderjahr, in dem Sie den Freibetrag nun ja erstmalig erhalten, ist 2025. Sie müssen demnach dann fast ein ganzes Jahr warten, bis Sie Anspruch auf den Freibetrag haben. Aber so ist die Gesetzeslage nun mal. Sie können Ihren Geburtstag ja da nicht mehr ändern. Wie berechnet sich nun der Altersentlastungsbetrag? Nun, das ist gar nicht so einfach, aber ich möchte mal so grob die Thematik mit Ihnen durchgehen. So im Detail müssen Sie das gar nicht wissen, denn ich sage es ja bereits, das macht das Finanzamt für Sie. Die Berechnung gliedert sich in mehrere Schritte. Zum Ersten wird Ihr Bruttoarbeitslohn ermittelt, also zum Beispiel das, was Sie aus einem Angestelltenverhältnis erhalten, dort verdient haben. Wenn Sie kein Arbeitnehmer sind, dann entfällt dieser Schritt natürlich. Im zweiten Schritt werden alle Ihre positiven Einkünfte addiert. Dazu zählen auch Mieteinnahmen, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, wenn Sie also noch selbstständig sind nebenher. Einkünfte sind im Übrigen die, naja, ich sage es mal ganz grob salopp, die Gewinne. Werbungskosten, Betriebsausgaben gehen da ab. Und diese Summe wird dann mit Ihrem individuellen Prozentsatz, auf den komme ich gleich noch zu sprechen, jedenfalls mit Ihrem individuellen Prozentsatz wird diese Summe dann verrechnen. Und dann wird im letzten Schritt geprüft, ob das Ergebnis, was da rauskommt, also das mit dem individuellen Prozentsatz, höher ist als der Höchstbetrag, also der Höchstbetrag, den es da beim Altersentlastungsbetrag gibt. Wenn der Höchstbetrag niedriger ist, erhalten Sie nur den Höchstbetrag. Ist Ihr individueller Prozentsatz niedriger, dann bekommen Sie den Altersentlastungsbetrag. Ja, Ihr individueller Prozentsatz, meine Damen und Herren, da gehen Sie einfach mal bei Google und geben da einfach mal Paragraf 24a, wie Anton, Einkommensteuergesetz ein. Und dann finden Sie den entsprechenden Paragrafen im Einkommensteuergesetz. Da ist auch eine Tabelle enthalten, denn der staffelt sich, also der Altersentlastungsbetrag, der staffelt sich, je nachdem, wann Sie Ihr 64. Lebensjahr vollendet haben. Und 2005 zum Beispiel waren das noch 40% Ihrer Einkünfte, maximal 1.900 Euro. 2023 lagen wir da schon bei 14%, maximal 665 Euro. Und der Altersentlastungsbetrag wird abgeschmolzen, ähnlich wie beim Rentenfreibetrag, so dass all die, die 2058 erstmals Anspruch auf den Altersentlastungsbetrag hätten, diesen nicht mehr bekommen, weil er da auf Null abgeschmolzen ist. Meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen eingangs ja noch versprochen, Ihnen noch so einen Tipp mitzugeben, wie Sie den Altersentlastungsbetrag auch auf Kapitalerträge anwenden können. Denn bei den Kapitalerträgen ist es ja so, wenn Sie Gewinne aus Kapitalerträgen, Zinsen, Dividenden usw. haben, dann unterliegen die ja grundsätzlich der Abgeltungssteuer. Also diese 25% Pauschalsteuer nenne ich sie mal. Und wenn die Kapitalerträge der Abgeltungssteuer unterliegen, dann werden sie beim Altersentlastungsbetrag nicht berücksichtigt. Jetzt ist es aber so, dass viele Rentner mit ihrem individuellen Steuersatz unter 25% liegen. Und da können sie die sogenannte Günstigerprüfung beantragen. Das heißt, das Finanzamt prüft, ob die Besteuerung der Kapitalerträge mit der Abgeltungssteuer oder mit ihrem individuellen Steuersatz günstiger für Sie ist. Die Betonung liegt auf für Sie. Ausnahmsweise nicht günstiger fürs Finanzamt. Und wenn Ihr oder die Besteuerung mit Ihrem individuellen Steuersatz günstiger für Sie ist, also Ihr persönlicher Steuersatz unter 25% liegt, dann greift für Ihre Kapitalerträge im Rahmen der Günstigerprüfung ja nicht mehr die Abgeltungssteuer. Und wenn die nicht mehr der Abgeltungssteuer unterliegen, sondern Ihrem persönlichen Steuersatz, dann fließen Sie in die Berechnung des Altersentlastungsbetrags mit ein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dieses Video war informativ für Sie. Wir sehen uns gerne wieder in meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.